We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they saw, see... Also ihr habt bestimmt schon den Titel gelesen, heute werde ich das erste Mal mit Maus und Tastatur spielen. Also ich hab wirklich noch nie was auf Maus und Tastatur gespielt und ich hab vorhin auch nur kurz meine Sensi und so eingestellt. Und ich war auch schon vorhin ein bisschen im Kreativmodus, hab mich ein bisschen drauf vorbereitet, ein paar Sachen ausprobiert. Ich werd gleich auch noch ein bisschen in den Kreativmodus reingehen und paar 97 und so. So, dann hier noch der neue Shop, es gibt hier neue Skins, einmal die und den hier, find ich beide mega nice. Und ich seh gerade, mein Creator Code wird entfernt, weil der wird immer noch 14 Tagen entfernt. Also hier, ArianFN, also ja, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr meinen Creator Code eintragen würdet, ArianFN. Achso, die Gewinner vom letzten Gewinnspiel, erwähne ich nochmal am Ende vom Video, also ja, schaut auf jeden Fall nochmal am Ende und jetzt, los, geht's. So, okay, komm. Also, hier, Spiel starten. Meine Idee war's auf jeden Fall, also meine Idee war's auf jeden Fall nicht. Ich hab mir gesehen, viele haben bei mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mal Maus und Tastatur spielen soll. Also ich kann halt echt gar nichts, ich hab auch, glaub ich, komplett falsche Keybinds eingestellt. Also, ich zeig euch erstmal hier meine krassen Nineties. Oh. So, warte. Hey, das ist so... So, komm jetzt. Hey, es ist so schwer. Ja, okay, wird auf jeden Fall langsam. Oder auch nicht. Hey. Also, dann editieren hab ich auf X. Ah, okay. Ja, okay, das ist eigentlich ganz easy. Also, bauen ist natürlich eine Sache, aber noch wichtiger ist eigentlich Aim. Und, äh... Das will, glaub ich, nicht so gut bei mir sein. Okay, komm, ich geh jetzt mal in eine ganz normale Solorunde. Ich fühl mich grad echt, als ob ich das Spiel zum ersten Mal abspiele. Okay. Die Karte ist M. Okay. Wo lande ich denn? Ähm... Komm, ich geh einfach mal... Ich weiß nicht, Salty? Also, ich will auf jeden Fall erstmal... Hey. Ich will auf jeden Fall erstmal einen Kill schaffen. Das ist mein Hauptziel. Einen Kill. Das muss ja wohl möglich sein. Äh... Ich will zack er F. Äh... 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nen Kill geschafft. Ich hab nen Kill geschafft. Ey, das fühlt sich alles so komisch an. Nein, da kommt einer. Das sind Minis 3. 3. Ich muss erst mal mein Inventar sortieren. So. Wie lade ich nach? R? Genau. Ich weiß nicht, soll ich einfach drauf? Wie ducke ich mich? Junge. Ey. Ey, auch wieder die größten Schreuer, oder? So, wo soll ich landen? Komm, ich geh mal direkt mir im Maul. So, komm, direkt Action. Ha! So, den ersten Kill hab ich schon mal. Über mir ist einer. Aber ich hab nur... 60 Leben. Warte, der hat ja doch ne AK. Hier kommt einer. Wo landen denn schlechte Spiele? Fatal? Lucky? Ich weiß nicht. So, komm, ich geh mal Lucky Landing. Da landet bestimmt der ein oder andere Noob. Unter anderem ich. Geht hier überhaupt jemand? Ah, gut. Zwei Leute gehen mit. Nein, da ist einer. Nein, das ist eine. Nein, da ist einer. Nein, da ist einer. Let's go. Äh. Da ist eine. Okay. Ich bin, ich bin so, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin immer so unter Druck. In Fight. Alte. Ich check nichts. So, nächste Runde. Ich weiß nicht, soll ich wieder Salty oder? Ja, komm. Der hat schon eine Waffe. So. Ey, mit der AK werde ich halt nichts treffen. Warum liegen hier nur AKs? So, komm her. Nein. Nein. Wow. Jetzt bin ich tot. Ich hab sogar, ich hab sogar zwei Schüsse getroffen. Also, ich denk mal, ich müsste einfach mal einen Tag spielen, bis ich ein bisschen was kann. Aber so kann ich halt gar nichts. Nein. Oh, ja. Nice. Ein Kill. So, wo sind die Gegner? Fuck, ich hätt ihn fast bekommen. Hm. Also, ich hab jetzt erstmal drei, vier Kills geschafft. Das reicht mir auch erstmal. Also, wie gesagt, ich hab auf Maus und Tastatur wirklich noch nie irgendwas gespielt. Ich kann da echt gar nichts. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Als ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, ne? Dann hier noch ganz kurz die fünf Gewinner vom letzten Gewinnspiel. Einmal, alle spammt. 3, 6, 1, Joel. Niklas. Scheim, 1, 8, 3. Und, ah, zum Weber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.